Herr Dr. Rodenherr, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie mir kurz ein paar Fragen zur aktuellen Situation beantworten, wenn Sie es überhaupt wissen. Und zwar möchte ich wissen, was verändert sich jetzt eigentlich in Zukunft oder jetzt ab April für Patienten mit der Legalisierung? Können Sie dazu was sagen? Ja, es gibt ja auch dieses MedCan-G, das auch Teil dieses Cannabis-Gesetzes ist. Da passiert allerdings nicht viel. Also was für Patienten relevant ist, ist Cannabis fällt hier aus dem Betäubungsmittelgesetz. Das heißt, das, was wir eben besprochen haben zum Paragraf 13 im Betäubungsmittelgesetz, trifft dann nicht mehr zu. Also man braucht jetzt nicht mehr sozusagen vortherapiert sein, sondern man kann als Arzt sagen, das ist ein wirksames, gutverdächtiges Medikament, ich verschreibe das jetzt. Okay, also ohne Befunde? Nee, nicht ohne Befunde, muss ja schon ein Grund geben, man kann ja auch ein bisschen verschreiben. Aber ich muss jetzt nicht darauf bestehen, dass jemand jahrelang Ibuprofen ausprobiert hat oder so weiter. Ich muss jetzt diese, es gilt ja Paragraf 13 im Betäubungsmittel, dass eine Vortherapie passiert sein muss, dass Betäubungsmittel nur eingesetzt werden, wenn andere Mittel nicht wirksam sind. Das fällt dann sozusagen flach. Okay. Ein sehr wichtiger Grund. Also eher leichter? Genau, es wird die Situation erleichtern für Patienten, aber auch die Ängste, den Ärzten nehmen, die das Gefühl haben, ich könnte vielleicht gegen das BTMG verstoßen, wenn ich dem jetzt Cannabis verschreibe. Das fällt sozusagen weg. Also für Ärzte ist schon mal super. Für Ärzte und Patienten, für beide. Das ist erleichtert einfach. Ein bestimmtes Strafverfolgungsrisiko fällt dann weg. Der Arzt macht sie ja plötzlich strafbar. Er wäre ja sozusagen ein Dealer, wenn er das ohne Grund macht. So, aber in dem Fall ist das halt nicht mehr so. Der zweite Bereich, denke ich mir, ist so wie andere Menschen, die davon profitieren. Eigenanbau, Social Clubs wahrscheinlich für Eigenanbau. Und viele Patienten werden ja vielleicht nicht selber anbauen können. Ja gut, dann muss man halt überlegen, ob dann vielleicht doch jemand in der Familie es machen kann oder so. Wie auch immer. Also ich denke, dass viele Patienten diese Eigenanbaumöglichkeiten oder Social Clubs oder so weiter sicherlich nutzen werden. Glauben Sie also, die Patientinzahl geht dann zurück? Hallihallo. Und sorry für die Kurzstörung bei diesem interessanten Interview. Ich wollte euch einfach nochmal kurz darauf hinweisen, es ist wichtig, dass die Medizin gesichert ist und dass man einen guten Ansprechpartner dafür hat. In diesem Sinne wollte ich euch eigentlich sagen, das ihr kennt sie wahrscheinlich noch unter der Ulm-Apotheke, das Team. Die heißen jetzt übrigens Pharma-Blöde. Ja und ich wollte euch einfach mal sagen, dass es mir immer ganz wichtig ist, dass der Bestellprozess gut funktioniert. Dass ich einen Ansprechpartner habe, der mich versteht, der erreichbar ist, der sich zurückmeldet. Das sind für mich Sachen, die bei einer Apotheke wirklich zählen. Ja und natürlich, dass die Ware passt, die man bekommt, dass sonst der Ablauf auch hinhaut. Ja, wenn deine Medizin, also vielleicht alle ist gerade oder du einfach mal eine neue Apotheke probieren willst, Ja, dann schau das mal bei der Pharma-Blüte rein und du wirst verstehen, was ich meine mit dem, was ich gerade gesagt habe. In allen Ländern, also ob das jetzt Kanada ist oder Staaten der USA, sind die Zahlen der offiziellen Cannabis-Patienten zurückgegangen. Nach der generellen Legalisierung. Was halten Sie von der Entwicklung, dass Krankenkassen Extrakte vorziehen wurden vor Blüten? Ja, das ist natürlich ein dummer Irrtum, der da passiert ist, wenn man denkt, die Krankenkassen sind günstiger als die Blüten. Ich habe irgendwie, als es 2017 losging, diese ersten Argumentationen, dass das günstig ist, da dachte ich dann, ja, das wird sich ja dann auflösen. Das ist dann einfach ein offensichtlicher Irrtum, das wird sich schon klären lassen. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Krankenkassen so hartnäckig sind und einmal das Gesagte einfach beibehalten, obwohl es Quatsch ist. Ja, und ich gucke mit großem Erstaunen auf diesen Blödsinn. Und jeder versteht das, wenn man das dem langsam erklärt. Also, beispielsweise, heute hatte ich ein Patient, der sagte mir, der nimmt 0,6 Gramm Blüten am Tag. 0,6 Gramm Blüten mit einem THC-Gehalt von 20 Prozent bedeutet, in einem Gramm sind 200 Milligramm, in 0,6 Gramm sind es 120 Milligramm. THC oder Tronaminol ist das Gleiche. Also einfach Tronaminol ist ein anderer Name für THC. Das heißt, der braucht 120 Milligramm Tronaminol am Tag. Die orale Menge ist ungefähr genauso groß wie die inhalierte Menge. Das heißt, wenn er jetzt auf oral umsteigt, müsste er 120 Milligramm Tronaminol am Tag verwenden. Wenn man so ein Fläschchen hat von 10 Milligramm, 200-prozentig, sind in einer Flasche 250 Milligramm drin. Das heißt, er kommt mit so einer Flasche zwei Tage lang aus oder ein bisschen länger. Oder wenn er streckt, vielleicht drei Tage. Und die kostet ordentlich Geld. Und das ist so eine Milchmädchenrechnung. Und ich habe teilweise Patienten, die haben eine Kostenübernahme. Der Arzt schreibt denen auch zweimal fünf Milligramm auf, aber nicht mehr. Und dann zusätzlich kriegen sie auch mehr als die Cannabisblüten, weil das kaum eine Wirkung hat. Also das ist eine völlig idiotische Situation, die sich auch in den Schmerzgesellschaften verfestigt hat und von dort vertreten wird auch teilweise. Ja. Wie sieht es mit Kostenübernahme aus? Wäre die leichter oder schwerer? Nach dem Gesetz? Ich weiß das nicht. Also wir hatten ja schon ganz zu Beginn, als es diese Ausnahmeerlaubnisse gab, gab es schon viele Patienten, die zu mir kamen und sagten, ja, mein Arzt oder jemand anders hat mir dann gesagt, ich soll dann nach Holland fahren. Und es wird sicherlich viele Ärzte geben, die sagen werden, wissen Sie was, belästigen Sie mich nicht damit, Sie können selber Cannabis anbauen, Sie haben Möglichkeiten, ersparen Sie mir diese Arbeit, wenn Sie da Kosten übernehmen. Ja, also ich denke, das wird jetzt nicht einfacher werden von dieser Seite her. Wie glauben Sie überhaupt, wie sich das jetzt medizinisch entwickelt, glauben Sie, das geht noch steil nach oben oder glauben Sie, das flacht jetzt wieder ab, seitdem der Freizeitmarkt dann praktisch offen ist? Also ich habe eben schon so einige Prognosen gemacht und ich muss ehrlich sagen, im Cannabis-Vereich ist es sehr schwierig, Prognosen zu machen. Ich habe ja nur mich jetzt bezogen auf USA, Cannabis zum Beispiel, um das analoge zu sehen. Also ich denke, es wird ähnlich laufen, aber wie das jetzt im Detail genau sein wird, kann man nicht. Also es läuft, also erstmal kann man sagen, im Cannabis-Vereich laufen Entwicklungen immer langsamer, als man vorher denkt. Ja, es gibt immer wieder Verschiebungen, es verzögert sich und so weiter. Das ist, seit 30 Jahren läuft das, es dauert immer länger, als man denkt. Und zweitens, konkrete Prognosen zu machen, auch über Inhalte und so weiter, ist extrem schwierig, weil da sind oftmals so viele Zufälle. Ich habe nicht unbedingt erwartet, dass diese Regierungskoalition im Koalitionsvertrag schreibt, wir wollen Cannabis legalisieren. Ich war völlig überrascht. Oftmals war, wie was, mir jetzt wirklich ernsthaft oder so. Ich habe nicht gedacht, dass die SPD soweit ist. Deswegen finde ich, im Cannabis-Vereich gibt es immer negative, positive Überraschungen. Das ist irgendwie ganz schwierig, so zu sagen. Ich glaube, Sie hatten auch in einem früheren Interview mal gesagt, es gibt immer zwei Schritte nach vorne und wieder uns zurück. Ja, in so einer Art. Also zum Beispiel jetzt bei der Kostenübernahme steht im Gesetz und dann stellt man fest, die Krankenkassen gehen doch sehr restriktiv damit um, waren doch nicht so der große Wurf. Also ja, man hätte schon ein bisschen an dem Gesetz mit genauer arbeiten sollen vielleicht, so ja, aber gut. Herr Dr. Grotner, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Update. Und Leute, nehmen Sie noch Patienten auf? Ich habe leider einen Aufnahmestock zu zahlen. Okay. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Das erste sind Krebspatienten, weil die oft keinen Arzt finden. Es gibt kaum einen Arzt, der sich mit dem Thema wirklich Cannabis und Krebs auskennt. Das zweite sind Leute mit Strafverfahren, Führerscheinproblemen, also Leute, die wirklich jetzt wirklich dringend einen kompetenten Menschen brauchen. Und dafür stehe ich dann zur Verfügung. Vielen, vielen Dank. Schönen Tag noch und danke für Ihre Zeit. Ja, gerne. Schönen Tag noch und danke für Ihre Zeit. Schönen Tag noch und danke für Ihre Zeit.